I see stars, stars, stars in your eyes, I go far, far, far away now, please take me to places for all. Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von einem Star Stable Let's Buy. Wir sind wieder zurück nach Vale Day, wir sind mit Crown Queen nach Vale Day zurückgekehrt, um noch einen weiteren Tinker zu kaufen und zwar als nächstes den Grauschimmel hier hinten, beziehungsweise den, ja doch, es ist ein Grauschimmel und sie ist wunderschön. Ich finde sie so wunderhübsch. Auch sie ist von der Rasse Tinker, wird auf Level 1 geliefert, Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0, Agilität plus 2. Sie ist kältebeständig, hat die Anfängerhufeisen drauf, das, wenn ihr euch das nur anhören wollt, dann geht mal auf den Kauf von Crown Queen, da lese ich das vor. Sie hat, sie, du musst, also man muss Level 6 sein, um sie kaufen zu können und sie kostet 850 Star Coins. 1050 Star Coins. Tillezt hier ist die Priseugel. Bis zum nächsten Mal. Wie? How? Wie? 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 Hm. Vielen Dank. 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 Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Du, dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Wir werden Rockgirl jetzt mal abholen und werden sie dann, dann werde ich sie euch vorstellen. Und wir werden noch ihr Eintritt und wir werden noch ihr Eintritt und wir werden noch ihr Eintritt Bart verpassen. Genau. Cron Queen, Cron Queen, Cron Queen, Cron Queen, Cron Queen, Cron Queen, Rockgirl und das letzte Pferd werde ich mal gucken, wie ich statt nenne. Da steht Rock Girl. Kann ich das auch machen, was ich eigentlich vorhatte? So, stellen wir mal ein bisschen um hier. Und dann kommt noch eins, der... Da muss ich mir eben zu weh, muss ich Windprincess wieder rausholen. Ich möchte nämlich gerne noch einen... ...eins davon hier drin stehen haben. So. Ich hatte jetzt vergessen, ein laufendes Haustier mitzunehmen, aber das ist nicht schlimm. Oh, meine Tasche ist voll. Ja, glaube ich, das ist eine Rock Girl. So, dafür gehe ich dann jetzt nach Feargroove. Ja. Was ich eigentlich theoretisch auch machen könnte, wäre so ein 10-Arten-Video und zwar, äh, oder Top 10, Top 10 meiner Lieblingspferderassen in Star Stable, wozu die Tinker sowohl alt als auch neu definitiv zählen. Du kriegst auch noch ein Bart reingeklärt. Oh, ein bisschen müde bin ich schon. Nein, so ein Brunnen da ist ein bisschen mehr. Frei, naja. Gut. Hier haben wir Rockgirl. Ich habe mir jetzt mal gerade... Ich habe gerade alles gespart, um euch das zu sagen. Stoppen. Einmal rückwärts richten. Und steigen. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man die streichelt? Ja, fast perfekt. Ein bisschen daneben, aber fast perfekt. Also... Und das, meine lieben Freunde. Das ist Rock Girl. Ich finde den Namen super. So. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Ach ja, bevor ich es vergesse. Community Knuddeln in 3, 2, 1. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen.